Servus TV-Fans, ich bin Lukas oder auch Badeschlappen und wir sind heute beim TSV Leukenrot, übergeben dir die Preise, denn es gab ja ein Gewinnspiel, ein E-Footballpaket konnte man gewinnen, das übergeben wir jetzt und dann zeig ich euch noch ein paar TSV Leukenrotik, deswegen kommt wir mit. Die Resonanz ist top, die erste Mannschaft ist dabei, die zweite Mannschaft, die A-Jugend ist dabei, Spieler von der C-Jugend sind dabei und ich bin hellauf begeistert. Ich finde es cool, dass es da eben der BRV ist, der den ersten Schritt macht und sich das auch traut. Der DFV Neukenrot bedankt sich hier nochmal recht herzlich und echt super. Der DFV Neukenrotik Der DFV Neukenrotik Der DFV Neukenrotik Der DFV Neukenrotik Der DFV Neukenrotik